Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei HaboTV on Tour und zu einer weiteren Folge von Depp des Monats. Im Depp des Monats gibt es im Monat März zwei Stück. Einmal der Noob vom letzten Video und diese Person, wo ich nicht weiß, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Der YouTube-Account Juli und Elli, darum lässt sich glaube ich draus schließen, dass das ein Mädchen ist. Ihr seht noch im Hintergrund, Habo Thaler kostenlos, wow, aber jetzt wird es lustig. Wenn ihr reich sein wollt, dann bekommt ihr einen Batke von denen, wenn ihr diese Person da Thaler schenkt. Geht einfach hier so auf Wechselstube und so und kauft denen noch Thaler, das geht doch gar nicht mehr. Ja, Mädel, wann hast du es auch mal gecheckt? Man kann keine Thaler mehr verschenken. Es ist eine Anti-Noob-Sperre für euch. So, erstens, man kann keine Thaler mehr verschenken. So, also guckt nicht so doof hoch. Ja, wir wissen, dass dein Titel scheiße ist. So, 30 Aufrufe, Daumen runter bekommst du von mir hier offiziell, Daumen runter, bitteschön und ich hoffe, ihr liebe Habo TV und Tour, Freunde, gebt auch einen Daumen runter. Ich werde dir auf keinen Fall einen Thaler schenken, weil ich will auch kein, in Anführungsstrichen, ein Batke haben von dir. So, vielleicht finden wir ja noch ein Depp des Monats im Monat März und ja, weil es dich gibt, bekommst du von mir einen Daumen runter und den Preis Depp des Monats erstellt am 4.3.2011 das Video. Man kann schon seit einem halben Jahr keine Thaler mehr verschenken. Schön, dass du es auch noch verstanden hast, beziehungsweise jetzt schon. Äh, viel Spaß mit deinem Preis. Wir werden noch ein bisschen über dich lachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Depp des Monats Team. Ciao.